Hier ist eine kleine Karte, da kann man sich dann ein bisschen orientieren. Hier oben in der Mitte ist die Rezeption. Die Diskothek ist unten drunter, das Hauptrestaurant, die Pools, der Spezialitäten, Wasserraum, Grill und Italienisch. Hier sind dann die verschiedenen Nummern. Was ich gesagt habe, der 36., der ist mittendrin und der ist schön groß. Wenn einer ein bisschen vorne möchte, soll er 30 nehmen, 31 oder 32, da ist man dann auch schneller am Start. Hier hinten ist das Restaurant Andalus. Die Bar Plaza ist da hinten. Und der Spa, Fitness und die Tennisplätze, die sind hier hinten gegenüber von der Straße. Die sind hinten drunter. Und rechts und links gibt es überall Parkplätze, kann man schön sein Auto kostenlos parken. Und rechts lite showed sich die R Melbourne, um fern Buschensfer zu. Sehr gut. verels Fernsehen ist in der Barcelona.